Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Dead by Daylight! So, ähm, ich hab eine Daily mit Laurie Strode, die spiel ich sonst normalerweise nicht. Ähm, ja, ich muss zwei... Du weißt, ich muss nur escapen? Ach, ich muss nur escapen! Ich dachte, ich muss Tore öffnen. Na dann! Ich muss nur escapen. Ähm, ich hab mit ihr nichts, genauso wie mit, äh, mit Dwight. Mit dem müsste ich auch nichts haben. Der müsste auch Stufe 1 sein. Und ja, Mac hat ja wenigstens ein Perk. Und hier, 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 die Nähe, die Nähe. Ich bin ein bisschen verschnupft. Oh, es tut mir leid. Boldness, okay. Na, zwei hatten ja einen Koffer dabei, ne? Ne Toolbox hatten sie dabei. Ne Toolbox! Ist aber scheit. Die wollen Alice niederknüppeln, weil der gibt jeden Haken sabotieren. Und jede Falle. Oh, sorry, kurz mal. So, da bin ich wieder. Oha, meine Güte, mein... Meine Nase. Jo, schön. Wie war das, ich musste escapen, ne? Mädel, kurz... Kurz verknappt, kannst du... Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es der Mayas ist. Oh, da hinten war jemand. Ja, es ist der Mayas. Der ist unter jemandem her. Beta-Fighter haben wir hier rein. Und Crowley. Und Luthira wurde schon angehittet. Das ist die Frage, wann das meine Vögel, die ich auch gescheucht habe. Ja, jetzt machen wir wenigstens mit hier. Alle drei sitzen über dem Keller. Ja. Ich muss... Am Lexine. Äh. Ja. Ja. Inschổi band. Ist das eine Kerama ist. Was macht doch ganz viel twist ü Peki. Ich hoffe so. Ich hoffe es so. Oh, er ist da vorne. Oh, der hat diesen ganz komischen Bug gehabt, wie er Alter. Ist er das jetzt gewollt? Ernsthaft? 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 Scheiße. Warum hat die das... Die hat die jetzt nochmal aufhängen können. Wisst ihr? Aber nein, man muss sich ja erst mal... Uah! Alter! Was ist los? Was? Was ist los? Was ist los? Was? Was? Warum hat der mich denn nochmal hingeschmissen? Ich versteh's nicht. Ja, okay, mir wird keiner helfen. Aber guck mal, wir waren gerade eben direkt um die Ecke. Warum hat die das gemacht? Ach ja, das ist... Tja, mir wird... Naja... Jetzt brauchst du mir auch nicht mehr helfen. Jetzt kommt der... Ah, ne, doch nicht. Ja, die ist angedetscht, die kommt nicht vorbei. Er hat den Killer am Arsch. Oh shit. Oh shit. Er hat das nächste Stadion erreicht. Was? Alter! Mädel! Heul nicht so laut. Alter, das war knapp mal wieder. Hat der Thanasobia dabei? Er hat Thanasobia dabei. Definitiv. Oh ja. Oh shit. Oh shit. Da brauch ich nicht hinlaufen. Hängt die jetzt auf. Er hat sich zwei Sekunden, die mir gefehlt hätten. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay, ihr sucht dann schon mal die Hedge. Ernsthaft? Ernsthaft? Also sorry, das ist ja jetzt, es geht jetzt mal über keine Huhhaut, Kuhhaut, Huhhaut. Ey, das ist ja sowas von fies. Ja. Weißt du was? Killer, wir können einen Deal machen. Ich zeig dir, wo der andere Typ ist und... Ja, mich wird keiner mehr holen. Einfach nur weit genug vom Killer entfernt. ... ... Ja, das ist echt... Was auf Betafighter sucht noch? Ach, der macht noch Generatoren! Guckt euch das an! Halleluja! Ja, das ist ja nur leicht. Ich muss ja nur escapen, ne? Boah! Heavy! Ich guck mir das jetzt mal an, was der hinten noch macht. Ach, jetzt wird er abgenascht! Ah, hat er Schwung gehabt. Hat er ernsthaft Schwung gehabt? Das hätte er gerade noch in die Hose gehen können. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Tschüssi!